Hallo, herzlich willkommen zu eurem neuen Quick-Tipp in unserer Fusion-Grundlager-Tutorial-Reihe. Und heute wollen wir uns mal eine Voreinstellung von Fusion anschauen, die dafür zuständig ist, welche Geometrie automatisch in eine Skizze projiziert wird. Wie wir das genau anwenden können, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. So, beginnen wir mit unserem Beispiel. Und ich mache mal hier eine neue Konstruktion auf. Rechnen wir mal hier an der Draufsicht jetzt kurz ein Rechteck. Und damit wir ja auch später was zum Auswählen haben, machen wir hier mal noch ein paar Bohrungen rein. Ich platziere mal die erste Bohrung. Die können wir dann natürlich jetzt hier in zwei Achsen über die rechteckige Anordnung mal vervielfältigen. Und da können wir hier in der einen Achse noch eine mit dazu nehmen. Dann haben wir vier. So, und wenn wir das jetzt hier extrudieren wollen, Geht es hier mal nach oben. Dann haben wir hier natürlich automatisch jetzt die Bohrungen mit drin, weil er das als Flächeverbund erkannt hat. Und wenn wir jetzt unsere zweite Seite hinten praktisch das zumachen wollten, müsste man einfach nur hier die Fläche nochmal extrudieren. Also würde man hier auf der Unterseite eine Skizze erstellen. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier sagen, mit der Taste P rufe ich mal das Projektionswerkzeug auf. Und dann sage ich hier, ich nehme hier die Außerkontur. Ich wähle die mal hier an. Und das nochmal kurz. So, erste Linie, zweite Linie, dritte Linie, vierte Linie. Übernimmt die. So, und wenn wir uns jetzt mal kurz den Körper abschalten, dann haben wir jetzt hier eigentlich sauber ein Rechteck erkannt. Ich merke aber auch schon, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber fahre, dann werden hier auch die Bohrungen erkannt. Jetzt machen wir mal die Skizze fertig. Und ich schalte mir hier wieder den Körper ein. Und wenn wir jetzt hier wieder extrudieren, ich fahre über die Fläche drauf, wähle jetzt hier auch entsprechend die Skizze aus. Die ist ja jetzt praktisch hier aktiv, die Skizze 2. Wähle die hier aus. Skizze ist ausgewählt. Sag dann hier noch die Richtung extrudieren. Dann sehe ich jetzt schon, naja, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil hier sind jetzt automatisch noch die Bohrungen mit drin. Warum sind die mit drin? Die Bohrungen wurden praktisch automatisch von Fusion mit in die neue Skizze mit übernommen. Und da dafür ist eine Einstellung, die Voreinstellungen dafür verantwortlich. Und die können wir uns jetzt mal aufrufen, indem wir an die Voreinstellungen gehen. Und da gibt es dann die Einstellung unter Allgemeinkonstruktion gibt es hier die Einstellung Geometrie auf der aktiven Skizze-Ebene automatisch projizieren. Und die muss ich abschalten. Wenn ich die jetzt anwende, sage ich mit OK, gehe aus dem Fenster raus. Und hier machen wir hier nochmal kurz die... Extrudiere mache ich nochmal weg. So, wir gehen hier nochmal kurz auf die Skizze. Ich bearbeite die mit der rechten Maustaste. Schalten wir den Körper nochmal ab. Sehen wir, ist immer noch deaktiviert. So, schalten wir sie hier nochmal kurz ein. Körper auch nochmal einschalten. Wenn ich hier extrudiere, sieht es so aus, als ob jetzt die Einstellung gar keinen Erfolg gehabt hätte. Hat sie auch nicht. Weil die Einstellung, die Grundeinstellung wird übernommen für eine neue Skizze. Das heißt, ich lösche jetzt einfach mal das Extrudieren nochmal raus. Lösche auch die Skizze nochmal raus. Mache jetzt hier auf der Rückseite eine neue Skizze. Mit dem P-Werkzeug rufe ich mir nochmal das Projizierer aus. Wähle dann hier meine vier Außerkante von meinem Rechteck aus. Sag OK. Kann die Skizze jetzt beenden. Wähle ich jetzt auf der neuen Skizze das Extrudierer aus. Sehen wir schon. Er erkennt jetzt hier im Prinzip die komplette... Nur noch das Rechteck ohne die Bohrungen. Und jetzt habe ich das, was ich wollte. Ich habe jetzt praktisch hier die Lochplatte von hinten verschlossen. Also, nochmal zusammenfassend. Wenn ich hier dann nicht alle Kreise oder alle Bohrungen anklicken will, macht es durchaus Sinn, mal hier in die Voreinstellungen reinzugehen. Und dann hier unter Allgemeinkonstruktion die entsprechende Option Geometrie auf der aktuellen Skizzeebene automatisch platzieren, ein- oder auszuschalten. Ich habe sie meistens eingeschaltet, weil der Fall jetzt nicht so oft vorkommt. Aber wenn ich extrem viele Konture jetzt habe, die ich nicht mit extrudieren wollte oder die ich nicht berücksichtigen wollte, dann würde ich auf jeden Fall hier die Voreinstellung abschalten. Ansonsten würde ich sie automatisch drin lassen. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video.